dann möchte ich euch alle herzlich begrüßen und meiner freude darüber ausdruck geben dass so viele gekommen sind um die meditation zu praktizieren zu üben oder auch zu lernen wenn es das erste mal ist und nicht nur hoffe ich dass ihr einen schönen kurs haben werdet sondern ich hoffe dass er neue horizonte für euch alle eröffnen wird neue horizonte die weniger begrenzt sind als die gewöhnlichen und tiefere perspektiven denn das ist der sinn eines meditations kurses ein meditations kurs trotz des namens handelt sich nicht nur um meditation es hört sich vielleicht so an und es ist vielleicht auch der grund warum man hergekommen ist aber das geht einfach nicht ganz alleine meditation ist eine spirituelle disziplin und eine spirituelle disziplin kann nicht alleine stehen muss gestützt werden und diese stütze können wir nur selber natürlich bereiten wir haben daher die lehre des buddhas die uns zeigt was wir alles üben können praktizieren können um diese innere klarheit innere leutrung liebe und hingabe zu erlangen die auch dann in der meditation ihren ausdruck findet ich werde in diesem kurs die drei teile der lehre beschreiben diese drei teile der lehre auf pali sila samadhin panja ist die tugend die geistes sammlung die konzentration und die weisheit man kann auch diese beiden anderen nennen ruhe und einsicht die worte sind im prinzip konzepte und sind nicht das ausschlaggebende dennoch ist es die einzigen weise in der wir kommunikation miteinander haben können das lebende wort das heißt das wort von einem menschen hat aber noch anderen inhalt als nur die konzepte ich werde mich in jeder weise bemühen diese konzepte so klar wie möglich zu erklären aber sie werden nur ganz klar wenn man mit offenem herzen zu wird nicht nur mit offenem geist beides ist nötig und das herz zu öffnen bedeutet eine menge fallen zu lassen und dieses fallen lassen ist eines der wichtigsten dinge die wir lernen ja ich werde sagen müssen um erstens einmal meditieren zu können und zweitens mal überhaupt uns von dem materiellen zum spirituellen wenden zu können fallen lassen entsagung kein sehr beliebtes wort aber wir werden vielleicht merken dass es große vorteile mit sich bringt das erste was wir machen werden mit der entsagung ist dass wir nobles schweigen haben wir entsagen der unterhaltung das ist schon eine große entsagung denn im allgemeinen sind wir gewöhnt sehr viel zu reden und wir können vielleicht ehrlich genug sein um zuzugeben dass nicht alles was wir miteinander reden und sonstigen an sonstigen orten und begebenheiten sehr wichtig ist hier wird sich allerdings der geist mit sich selbst unterhalten auch das ist interessant kennenzulernen dadurch lernen wir kennen was eigentlich in unserem geist sich abspielt die entsagung die sich also in dem nobelen schweigen zeigt bedeutet dass wir uns nicht untereinander unterhalten wir haben jederzeit gelegenheit für fragen zu stellen am abend die wir allerdings schriftlich machen die ich aber dann beantworte und wir haben persönliche interviews und zu diesen persönlichen interviews können natürlich jede frage stellen die ihr wollt und wenn schwierigkeiten eintreten kann man sich auch schon vorher melden wenn man noch nicht dran gekommen ist ich nehme an gut und hat euch gesagt dass wir dort listen an die wand gehängt haben wo die namen für die interviews aufgelistet sind bitte nicht nervös werden wenn er euren namen noch nicht findet es kommen noch mehr listen ich bin noch nicht ganz fertig damit ich habe es noch nicht alle aufgeschrieben ich möchte euch auch außer wenn gut und das bereits gemacht hat eure gesprächspartner vorstellen ja nein gemacht also der erste der hier vor mir sitzt ist norbert ist langjähriger schüler von mir er ist seit 10 11 11 seit elf jahren schüler bei mir und lehrt auch in unserem münchen als stadtzentrum er ist außerdem der bruder von einer wurde und wir sind sehr glücklich auch darüber dass wir zum beispiel ganze familien hier in in die kurse bekommen ihre schwester ist auch da und das ist alles was da existiert zwei brüder und eine schwester und ihre kinder sind noch zu klein also das wäre der erste der zweites charlie charlie ist langjähriger schüler von mir elf zwölf elf jahre ach ja natürlich ihr wart ja zusammen die die beiden habe ich in bali kennengelernt da sollte ich einen kurs geben und da kam im ganzen soweit ich mich erinnern kann sieben leute von denen dann auch noch drei abgefahren sind und die beiden sind aber geblieben und sind wir noch da charlie ist auch euer gesprächspartner charlie lehrt auch in unserem münchner stadtzentrum und beide haben schon oft und vielen interviews gegeben so dass er bestimmt auch fragen beantwortet bekommt dann nana buddhi nana buddhi ist buddhistischer mensch und lebt im buddha haus seit beginn des buddha hauses 1989 ist aber auch schon schüler bei mir seit zehn jahren zehn jahren und gibt auch im buddha haus interviews und hat mir verraten solche kurse was ich mache nein das liegt ihm nicht aber ein zu einzig zu unterhalten das ist ganz in ordnung also ihr könnt erwarten dass er sich gerne mit euch unterhält über jegliche frage die aufkommt und die ihr vielleicht am arm nicht beantwortet bekommt und dann gut und habt ihr alle schon kennengelernt aber sie kann sich auch noch mal euch zeigen als interviewpartner aber ihr kennt sie natürlich alle schon weil ihr euch ja bei ihr gemeldet habt ihr angekommen seid gut und ist auch seit beginn des buddha hauses am anfang von jahren 89 bei mir wohnt dort und hält alles in ordnung was sich im büro so abspielt und beantwortet alle fragen am telefon was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt und gibt auch ihre eigenen kurse im buddha haus nicht nur am anfang waren es nur wochenendkurse jetzt sind es auch längere kurse und in ihren eigenen kursen gibt sie natürlich auch die interviews aber auch in meinen kursen weil ihr euch ja natürlich vorstellen könnt dass ich unmöglich mit euch allen in den kurzen zeit sprechen kann ist einfach körperlich nicht möglich da müsste man von morgens bis abends reden und das wollen wir ja nicht aber die eure gesprächspartner sind zur verfügung und wenn ihr bevor eurem interview schon irgendetwas besprechen wollt und müsst meldet euch bei gut und sie wird es arrangieren sie wird zeit und die möglichkeit herausfinden wann man sprechen kann und sonst schaut auf die zettel wann ihr dran seid und noch einmal bitte keine panik wenn euer name dort nicht ist es kommen noch mehr zettel diese panik haben wir einmal gehabt das wollen wir nicht noch mal haben das ist eine große entsagung sich nicht zu unterhalten aber es ist nicht einfach nur ein gebot oder einen eine sache die wir hier uns ausgedacht haben sondern es ist eine wirkliche notwendigkeit um die meditation zu unterstützen es ist so dass alle diejenigen die schon meditiert haben wissen das ganz genau dass der geist sich immer wieder an die welt klammert man sitzt hier ganz ruhig nichts geschieht man hört überhaupt nichts ist wunderbar ruhig hier keiner will was von einem man sitzt nur auf seinem kissen und was macht der geist der denkt daran an die herfahrt oder was er vielleicht zu hause noch hätte erledigen sollen oder was er erledigen wird wenn er wieder nach hause kommt oder was er plant und hofft zu erledigen oder was er sich vorstellt einmal zu sein wenn er wirklich meditieren kann alles mögliche stellt er sich vor wir nennen ihn ein zauberkünstler und was ist das was er sieht was er da macht nichts anderes wie sich mit der materiellen welt beschäftigen denn alles was wir denken können ist immer noch materiell das denken solches das im allgemeinen diskursiv ist ist immer noch auf der materiellen ebene erst wenn wir das denken ausschalten und zum erleben kommen dann haben wir den weg nach innen gefunden das andere geht nach außen und da draußen ist die welt und natürlich wird das gerade besonders am ersten abend schwierig sein weil man die welt erst gerade hinter sich gelassen hat und der geist sich noch damit beschäftigt je länger wir hier sind hoffentlich wird es immer einfacher weil die welt uns dann nicht so berühren kann wie sie es sonst tut wie berührt uns die welt die welt berührt uns durch unsere sinne durch sehen hören riechen schmecken berühren und denken so berührt uns die welt und nicht nur dass sie uns berührt nein durch unser denken berühren wir sie und das ist die entsagung die wir hier praktizieren müssen wenn wir meditieren wollen wir müssen entsagen können von dem was wir sonst für so wichtig halten und was geschieht wir merken nach einer minute oder zwei minuten das was wir sonst so wichtig halten gar nicht wichtig ist dass die innere ruhe der innere frieden viel wichtiger sind denn wenn wir eine sekunde mal aufhören oder eine minute vielleicht sagen wir mal eine minute aufhören zu denken dann haben wir eine minute inneren frieden hoffentlich kann man etwas länger aber wir wollen ja gar nicht zu hoch greifen wollen erst mal einen anfang machen und da merken wir dass das viel wichtiger ist als alles was die welt uns bietet und dadurch ändert sich unsere perspektive dadurch erweitert sich unser horizont er geht der geist geht in andere dimensionen das was wir von morgens bis abends tun obwohl vieles davon notwendig ist für unseren lebens unterhalt ist es dennoch eine geist des arbeit die nicht immer notwendig ist und das sind die beiden entsagungspunkte mit denen wir sofort einmal hier schon arbeiten wir hören auf uns miteinander zu unterhalten und wir versuchen aufzuhören den geist zu unterhalten und versuchen ihn nach innen zu führen wenn es das gelingt dass wir nach innen gehen können dann erleben wir ganz etwas neues aber davon spreche ich noch in einem viel detaillierteren inhalt und auch zu einer anderen zeit erst einmal das generelle das sind zwei entsagungen denen wir hier gegenüberstehen dazu kommt noch auch eine entsagung dass wir zum beispiel nicht unseren tag selbst so einteilen wie wir es gern hätten sondern dass wir einem tagesplan folgen auch das ist eine entsagung alle diese dinge bedeuten dass wir lernen uns hinzugeben um den inneren weg zu finden diese hingabe bedeutet dass wir uns nicht aufbauen dass wir uns nicht dass wir keinen widerwillen keinen gegensätzlichen meinungen zum vorschein bringen sondern uns einfach hingeben wenn wir uns dem atem hin geben können 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 wir meditieren dazu sind die anderen hingaben auch nötig der geist muss weich und flexibel sein er muss sich nach vielen richtungen beugen können er darf nicht hart bei seinen vorgefassten meinungen bleiben wenn er bei seinen vorgefassten meinungen bleibt kann man nicht meditieren daher was ich am anfang gesagt habe meditation steht nicht alleine meditation ist eine spirituelle disziplin die unterstützt werden muss von der ganzen menschen von der ganzen ideen und bedeutungen die wir in uns tragen die wir einmal nur auf eine sache hinaus bringen sollen auf die hingabe zu dem meditation subjekt ohne ideen ohne gedanken ohne erwartungen und das ist eine dritte entsagung erwartungen entsagen erwartungen gehören zu enttäuschung ganz garantiert genau wie die sonne schatten wirft so machen die erwartungen enttäuschung nichts erwarten nur machen ganz einfach nicht hört sich nur so einfach an ist in wirklichkeit recht kompliziert jedes mal wenn der geist und eine erwartung hoch bringt fallen lassen loslassen immer wieder loslassen hier gibt es nichts zu bekommen hier gibt es nur eine neue dimension wenn wir das alte loslassen dieses loslassen dieses loslassen ist die entsagung von der ich gesprochen habe die welt einmal loslassen und jetzt die erwartungen loslassen man setzt sich aufs kissen und erwartet ich möchte doch so gerne mal zur ruhe kommen das ist ein grund um sich aufs kissen zu setzen das ist in ordnung aber dann vergessen und dann nichts anderes tun als die willenskraft anzukurbeln willenskraft wie sozusagen der schwerpunkt des geistes ist so dass man sich versucht zu konzentrieren willenskraft ist nicht das gleiche wie wollen wollen hängt zusammen mit bekommen ich möchte etwas will auch was bekommen dafür jetzt habe ich mich schon ein bisschen herausgewagt jetzt sitze ich schon auf dem kissen jetzt will ich aber auch was erledigen funktioniert nicht hier gibt es nichts zu erledigen hier gibt es alles was wir hier erledigt haben zu vergessen alles weg ist alles vorbei alles in der vergangenheit ist alles im sand der zeit verronnen die zukunft gibt es überhaupt nicht wenn es die zukunft wirklich existiert dann heißt sie gegenwart es gibt nur diesen einen moment um diesen einen moment zu erleben müssen wir alle anderen momente loslassen ganz logisch hört sich auch gar nicht so schwierig an naja also wir werden schon merken wie schwierig es ist der geist ist das ja immer wieder gewohnheitsmäßig damit beschäftigt sich entweder mit der vergangenheit irgendwie abzugeben oder in zukunft mit plänen und hoffnungen zu schauen wenn wir meditieren gibt es nur einen einzigen atemzug den wir betrachten können das ist der jetzige der vorhergehende ist vorbei und der zukünfte ist noch nicht gekommen wenn wir beim vorhergehenden sein wollten haben wir überhaupt keine meditation wenn wir auf den zukünftigen warten haben wir auch keine meditation dann haben wir gedanken das einzige was uns also bleibt ist diesen einen atemzug zu betrachten und das ist entsagung entsagung von der zukunft und entsagung von der vergangenheit und entsagung von der erwartung dass durch die betrachtung dieses einen atemzuges irgendetwas geschieht das was geschieht ist sicher aber wenn wir sitzen und erwarten können wir uns nicht konzentrieren wir können nur eine sache zurzeit tun wir können entweder uns konzentrieren dabei bleiben den geist sammeln oder aber wir können erwartungen haben wir haben also einen ziemlich vielfältigen entsagungsprozess den wir durch machen in einem meditationskurs und dieser entsagungsprozess ist so gedacht und gerichtet dass wir von dem gewöhnlichen alltag uns entfernen und von dem gewöhnlichen alltags denken sich von dem gewöhnlichen alltags denken zu entfernen es dauert natürlich etwas zeit aber es ist der größte erleichterung die es geben kann denn das gewöhnliche alltags denken ist ständig mit irgendwelchen schwierigkeiten behaftet man möchte etwas haben was man nicht hat oder man möchte etwas loswerden was man hat irgendwas stimmt immer nicht hat es eine sekunde gestimmt stimmt es in der nächsten nicht mehr irgendwas ist immer los und wenn wir uns von diesem art denken an diesem art erleben los lösen dann haben wir auch die möglichkeit der meditation die möglichkeit das innenleben unser eigenes innenleben kennenzulernen und diejenigen die das schon können wissen was sie dort erleben die anderen werden wahrscheinlich wenn sie es kennenlernen überrascht sein aber vor allen Dingen nichts bekommen wollen und das ist der Unterschied zwischen Materialismus und spirituellem Leben Materialismus hat nicht nur mit Geld zu tun oder mit Häusern und Grundstücken Materialismus ist darauf aufgebaut dass wir etwas haben wollen und wenn es auch nur Liebe ist dass wir haben wollen oder wenn es Liebe ist oder Anerkennung oder Ruhm oder Selbstbehauptung oder Lob irgendwas wollen wir haben das Materialismus da hat Jungiam Trunk ein wunderbares Wort geprägt hat auch ein Buch das hat den Titel spiritueller Materialismus der überall anzutreffen ist Spiritualismus ist ganz was anderes ist loslassen alles einfach mal fallen lassen und jedes mal wenn der Geist wieder anfängt neue Geschichten zu erzählen ihm gut zu reden und sagen loslassen fallen lassen die Welt muss sich nicht hier in dieser Halle tummeln die tummelt sich dort draußen wir brauchen sie nicht hier mit hinein zu bringen obwohl wir das natürlich alle tun aber mit der Zeit können wir sie vielleicht draußen lassen nicht nur vor der Tür sondern noch weiter weg denn sie tummelt sich in unserem Geist und wir merken das vielleicht gar nicht dass wir der Welt erlauben dass sie uns so stark berührt wenn wir also den Unterschied zwischen materiellem spirituellen Leben ganz kurz und schnell erklären wollen so ist das eine bekommen wollen und das andere ist loslassen und das ist absolut notwendig bei der Meditation ohne loslassen geht es überhaupt nicht für diejenigen die am Anfang der Meditation stehen entweder noch gar nicht oder selten meditiert haben oder deren Konzentration noch nicht gefestigt ist aber auch für alle anderen möchte ich ganz kurz noch die sofortigen Vorteile die wir durch die Meditation bekommen erwähnen die uns immer wieder zur Seite stehen und uns helfen das erste was uns dadurch geschieht dass wir meditieren ist dass wir gutes Karma machen weil wir haben gute Absichten je mehr gutes Karma wir machen desto einfacher wird unser Leben wir werden darüber noch mehr sprechen ich will es jetzt nur ganz kurz erwähnen das zweite der zweite Vorteil den wir haben ist dass die Lässigkeit und Trägheit des Geistes der wird entgegen gearbeitet dadurch dass wir uns dem Meditation Subjekt hinwenden jedes mal wenn wir uns dem Meditation Subjekt zuwenden müssen wir den Geist wach halten das Wort Buddha ist kein Name es bedeutet der erwachte wir können alle erwachen Buddha hat gesagt obwohl wir wach herumlaufen laufen wir in einem Traum herum wir können aus diesem Traum erwachen aber nur mit einem geschärften und einspitzchen und einen vollkommen gezähmten Geist jedes mal wenn wir uns dem Meditation Subjekt zuwenden tun wir das auch wenn es nicht anhält dann wurde hart die Lässigkeit und Trägheit des Geistes damit verglichen dass wir nur im Gefängnis sind wir selber haben den Schlüssel dazu können jederzeit die Gefängnistür aufschließen das tun wir indem wir uns dem Meditation Subjekt zuwenden wir lernen unsere Gewohnheiten des Geistes kennen indem wir etikettieren alle die die sich wirklich konzentrieren können brauchen das nicht zu tun aber sich wirklich konzentrieren bedeutet die Vertiefung also wer die Vertiefung macht muss natürlich nicht sich mit dem etikettieren beschäftigen aber am Anfang ist es für jeden äußerst wichtig ein Etikett auf den abschweifenden Gedanken aufzukleben die Etikette können jeder Art sein das erste was in den Sinn kommt ist das Richtige man muss nicht das beste Etikett finden das Etikett kann sein Zukunft Vergangenheit Planen Hoffen Träumen Fantasieren sich ärgern Langeweile Ablehnung und ein Etikett was auch sehr gut passt sehr häufig ist Unsinn und wenn man das sagt ist man sich selbst gegenüber ehrlich und dadurch lernen wir zwei ganz wichtige Dinge das erste was wir lernen ist dass wir unseren Gedanken nicht zu glauben brauchen wenn die Menschheit mehr davon in sich hätte dass sie nicht jedem Gedanken glauben den sie haben und jedem Gedanken hinterherlaufen den sie haben dann würden wir weniger Argumente und Feindseligkeiten begegnen die Gedanken die wir haben sind einfach Gedanken die stimmen nicht alle und bei der Meditation merkt man das ganz deutlich einfach Gedanken wir haben überhaupt nichts damit zu tun mit dem was wir gerade machen wir sind noch nicht mal relevant mit irgendetwas was uns interessiert sehr häufig und das zweite was wir lernen ist den Gedanken Inhalt kennenzulernen wenn wir einen spirituellen Weg gehen wollen müssen wir im täglichen Leben den Inhalt unserer Gedanken etikettieren können das ist der erste Schritt überhaupt das Materielle einmal loszulassen und sich dem spirituellen hinzuwenden dieses Etikettieren bedeutet dass wir im täglichen Leben das Unheilsame mit dem heilsamen ersetzen in der Meditation ersetzen wir so viele Gedanken wie wir fangen können mit der Achtsamkeit auf den Atem wir lernen etikettieren und ersetzen der Buddha nennt es ersetzen mit dem Gegenteil wenn wir das im täglichen Leben nicht weiterführen wird es uns natürlich in der Meditation schwer fallen wenn wir es aber in der Meditation nicht lernen wenn wir es auch im täglichen Leben nicht können und das ist der ganze Unterschied um überhaupt erst einmal Zugang zu finden zum Loslassen wir müssen nicht mit unseren Gedanken im Ausieren gehen die sind nichts anderes wie eine ganz momentane Erscheinung die sofort wieder verschwindet wir haben fast nie eine absolute Berechtigung sind alle relativ auf der relativen Ebene brauchen wir sie natürlich um unseren Lebensunterhalt zu verdienen aber das brauchen wir hier im Moment nicht zu tun also wir lernen unsere Gedankenmuster kennen wir lernen das wir ersetzen können und wir lernen das Etikettieren ganz wichtige Dinge und das wir nicht zu glauben brauchen wir lernen auch die Flüchtigkeit der Gedanken kennen und können uns wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erinnern was der vorhergehende Gedanke war ist auch gar nicht nötig aber wir lernen dadurch dass sie keine Substanz haben sie sind einfach wie eine Wolke im Wind verweht das sind alles sofortige Vorteile und wir lernen hier und jetzt zu sein sollten wir bei dem Atemzug bleiben können der gerade jetzt ist und wir lernen Achtsamkeit die Meditationsmethode die wir machen Achtsamkeit auf den Atem heißt Anapanna Sati auf Pali Sati heißt Achtsamkeit S-A-T-I Anapanna heißt einatmen und ausatmen das heißt also nichts anderes wie Achtsamkeit auf einatmen und ausatmen dadurch schulen wir den Geist dann lassen wir ihn dort hingehen wo wir ihn haben wollen sehr interessant kennenzulernen dass er das gar nicht macht ist auch wichtig das zu wissen es ist hochinteressant zu wissen dass der Geist das was wir von ihm wollen einfach nicht tut warum? weil wir ihn nicht geschult haben weiter gar nichts jeder kann es lernen es gibt keinen Menschen der das nicht lernen kann aber es ist üben es bedeutet üben und praktizieren dazu sind wir hier wir haben also sofortige Vorteile wir müssen etikettieren wenn diejenigen die schon länger meditiert haben das was angrenzende Sammlung heißt erleben dann ist Etikettieren nicht mehr nötig die angrenzende Sammlung fühlt sich so an dass wir den Eindruck haben dass wir auf dem Atem sind aber dass noch wolkenartige Gedanken so am Hinterkopf vorbeiziehen den wir gar nicht benennen können das ist angrenzende Sammlung da soll man nicht etikettieren sondern mehr Willenskraft hochbringen wirklich in den Atem hinein fallen zu können alles andere loszulassen solange die Gedanken aber wirklich noch massiv sind das heißt sie lenken uns total ab von der Achtsamkeit auf den Atem solange Etikette draufklicken auch das hört dann auf einmal sagt der Geist ist ihm langweilig geworden und dann wird er wirklich sich konzentrieren wir benutzen den Atem und für diejenigen die bereits ihre Meditationspraxis etabliert haben machen es so wie sie sonst gewöhnt sind mit der Atembetrachtung für diejenigen die noch keine Kurse mit mir gemacht haben oder überhaupt noch nicht meditiert haben wir benutzen den Atem wie er aus den Nasenlöchern herein und heraus geht und benutzen dafür Hilfsmittel und zwar werde ich fünf verschiedene Hilfsmittel nennen und ich möchte dass jeder sich eins davon aussucht und dabei bleibt bis morgen nach dem Frühstück wenn er sich dann ein neues aussuchen will ist fein aber es liegt nicht an der Methode es liegt am Geist so dass wir erst einmal dem Hilfsmittel was wir uns ausgesucht haben genügend Zeit geben müssen um es überhaupt zu benutzen wir können zählen eins beim Einatmen eins beim Ausatmen zwei beim Einatmen zwei beim Ausatmen nicht mehr als zehn jedes Mal wenn wir etikettieren einen abschweifenden Gedanken zurück zu eins nicht erst darüber nachdenken ob man jetzt schon bei vier war oder bei acht oder vielleicht sogar schon bei neun sondern zurück zu eins es kommt überhaupt nicht darauf an wie oft man das macht es sind keine Erfolgserlebnisse Resultatdenken ist Wollen ist Erwartung nur da sein einmal wirklich nur da sein mit dem was unser Leben unterstützt und unser Leben überhaupt ermöglicht nämlich der Atem ohne den Atem könnten wir nicht weiterleben wer Zahlen nicht gern hat kann ein Wort benutzen zum Beispiel das Wort Ruhe Ruh beim Einatmen HÖ beim Ausatmen hat man ein anderes Wort Liebe kann man das nehmen zwei silbige Worte sind am besten eins beim Einatmen und eine Silbe beim Ausatmen aber dasselbe Wort bitte nicht ein neues Wort sich ständig ausdenken wer visuell veranlagt ist kann sich vorstellen dass der Atem mit einer sanften Ozeanwelle in die Nase hineinkommt und mit einer sanften Ozeanwelle wieder heraus geht aber das ist nur für diejenigen die visuell veranlagt sind wenn jemand nicht visuell veranlagt ist ist das noch eine extra Mühe das ganz unnötig ist für die die visuell veranlagt sind kann es eine große Hilfe sein weil der Ozeanwellen sind rhythmisch und der Atem ist auch rhythmisch dann kann man Empfindung nehmen die Empfindung die der Wind des Atems an den Nasenlöchern hervorbringt wenn der Wind des Atems sie trifft diese Empfindung ist nicht nur an den Nasenlöchern auch in der Nase zu spüren oftmals auch in der Stirn oder im Rachen wo immer die Empfindung zu spüren ist zusammen mit dem Atem dort richten wir unsere Achtsamkeit hin beim Ein- und beim Ausatmen und für diejenigen die schon länger geübt haben aber noch nicht konzentriert sind Anfang, Mitte, Ende des Atems man kann dabei 1, 2, 3 zählen muss aber nicht Anfang, Mitte, Ende des Atems verlangt stärkerer Achtsamkeit und ist daher etwas schwieriger kann aber auch für diejenigen die schon länger geübt haben gute Resultate bringen die Schwierigkeit liegt bei Ende und Anfang aber wenn man genau aufpasst merkt man, dass da ein Moment von Pause entsteht ganz kurz natürlich aber das ist nur günstig für diejenigen die schon Achtsamkeit länger geübt haben die anderen sollten sich mit den ersten 4 eins davon aussuchen Zählen, Wort, Bild oder Empfindung diejenigen die konzentriert sind wissen sowieso was sie zu tun haben nach den Zetteln die ihr ausgefüllt habt sind alle verschiedenen Stadien der Meditationspraxis hier vorhanden sodass ich für jeden und alle irgendetwas erklären möchte sodass jeder sich zurechtfindet mit der Sitzstellung ist es so dass es nicht wichtig ist wie wir die Beine halten Hauptsache ist, dass wir sie so halten dass wir so bleiben können Versuche zu bleiben Hände auf den Knien oder im Schoß zusammen eine auf der anderen und der Rücken soll gerade sein aber nicht militärisch gerade entspannt Schultern sollen fallen gelassen werden Nacken und Bauch sollen entspannt sein wir schließen die Augen aber wenn jemand merkt dass er schläfrig wird sofort aufmachen und ins Licht schauen Schläfrig werden ist eine sehr übliches Hindernis bei der Meditation und das kommt daher weil wer ja dem Geist sagen soll aufhören zu denken er soll sich mal von dem Denken befreien und im Allgemeinen kennt der Geist nur eine einzige Sekunde wo er nicht denkt und das ist die Sekunde vor dem Einschlafen man kann nämlich nicht einschlafen und denken und wenn man ihm nur schon sagt er soll aufhören zu denken dann sagt er wahrscheinlich ach so, dann muss ich ja wohl Schlafenzeit sein und dann zieht er los also Augen aufmachen sich selber gut zureden die Mutter hat empfohlen an den Ohrläppchen zu ziehen die Backen zu reiben die Schultern zu bewegen um den Kreislauf anzuregen und wenn nichts anderes mehr hilft ganz vorsichtig und langsam aufstehen die wenigsten Menschen schlafen im Stehen und dann, wenn man dann wieder ganz wach geworden ist kann man sich wieder hinsetzen das ist aber nur eine Maßnahme wenn es unbedingt nötig ist aber man kann sich auch sehr gut zureden und sagen, jetzt ist die Zeit zum Meditieren und nicht zum Schlafen jetzt ist die Möglichkeit gegeben alle Umstände sind vorhanden also, jetzt einmal die Anstrengung machen so dass man die Zeit gut verbringt sonst die Augen geschlossen weil wir wollen so wenig wie möglich Sinneskontakte haben es gibt nichts zu hören es gibt nichts zu sehen nichts zu schmecken nichts zu riechen das einzige ist noch der Berührungskontakt des Sitzens der Berührungskontakt des Sitzens ich denke das werde ich morgen noch ganz deutlich erklären weil es auch eine längere Erklärung ist erst wollen wir mal versuchen so gut wie möglich zu sitzen im forum der Seite von der Seite des Sitzens der Seite baut sich nicht und ich verwende uns